Zucker-Junkies, Folge 183. Mit Kindern reden ist immer offen und Fragen stellen. Man darf da auch keine Erwartungen haben. Schön, dass du eingeschaltet hast. Dieser Podcast vermittelt dir Techniken, anwendbares Wissen für mehr Selbstsicherheit mit deinem Diabetes im Alltag. Viel Spaß mit der Show. Hallöchen, meine lieben Zucker-Junkies da draußen. Meine heutige Leitung geht ... Ja, wo geht sie denn hin eigentlich? Hilf mir mal. Sie geht nach Berlin-Köpenick ins beschauliche Ende der Berliner Stadt an den Müggelsee. So, jetzt alle, die jetzt Fans sind, wissen schon, wer dran ist. Aber ich habe mir echt alles aufgeschrieben. Aber das habe ich mir jetzt wieder nicht aufgeschrieben. Schande über mein Haut. Ja, meine heutige Leitung, wer hätte es gedacht, ihr habt die Stimme aus dem Off gehört, geht nach Berlin. Die ganzen Details könnt ihr euch gerade nochmal zurückspulen. Und sie ist Mutter von zwei Kindern mit Diabetes Typ 1. Sie ist Historikerin und hat lange Zeit als Fotoredakteurin im Agenturbetrieb gearbeitet. Nach der Diagnose ihrer Tochter im Jahr 2008 begann sie, sich intensiv mit Fragen rund um die mentalen und psychosozialen Belastungen, die mit der Diagnose einhergehen, zu beschäftigen. Seit 2015 ist sie staatlich geprüfte und anerkannte Heilpraktikerin, womit sie auch psychotherapeutisch arbeiten und beraten darf. Außerdem hat sie unter anderem Weiterbildung zur Burnout-Beraterin und zum systemischen Coach für Kinder und Jugendliche absolviert. Seit zwei Jahren begleitet sie in ihrer Praxis Zucker im Kopf vor Ort und als Online-Beratung Erwachsene und Familien mit Diabetes Typ 1, um sie im alltäglichen Umgang mit der Erkrankung zu unterstützen. Außerdem leitet sie die Selbsthilfegruppe Diafüchse, für die sie in Berlin Treffen für Familien mit Diabetes Typ 1 organisiert. So, da hat man es ja schon mit Berlin, ne? Ah, jetzt. Mann, 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 Mann. Mach mal die Hausaufgaben hier, Zucker-Junkie. Seit Anfang 2021 bietet sie über die Diafüchse zusätzlich Online-Treffen für Eltern von Diabetes-Kindern in den Altersgruppen, Klein- und Kita-Kinder, Vor- und Grundschulkinder sowie Kinder und Jugendliche in der Pubertät an. Eine wunderschöne Einleitung, wie ich finde. Und recht herzlich willkommen, Sandra Neumann. Hallöchen. Hallo, aus Berlin nochmal. Berlin, 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 Berlin. Sehr schön. Oh, jetzt habe ich Bock auf Currywurst. Ja, das ist jetzt etwas schwierig. Ah ja, das ist also echt ohne Witz. Berlin muss immer irgendwie, warum auch immer, ich weiß es nicht. Ja, das ist so, das gehört so, oder? Das gehört so? Dann bin ich ja froh. Ja, schön. Sandra, jetzt haben wir ja mal so ein bisschen einen Ausflug gemacht, was du so alles treibst, was du so getrieben hast, wo du so herkommst. Aber erzähl doch mal, bevor wir ein bisschen näher einsteigen, woher wir uns zwei eigentlich kennen. Steigen wir mal ein bisschen ins Private ein. Wer bist du denn so privat und was machst du eigentlich außerhalb noch dieser ganzen Organisationstalente? Oh, und das ist ja eine sehr gute Frage. Da ist gar nicht mehr so viel Zeit tatsächlich übrig. Was mache ich denn so mit meinen Kindern? Ich spiele sehr gerne Siedler, vor allem mit meinem Sohn. Das liegt aber eher daran, dass meine Tochter es nicht mehr so gerne macht. Ich lese sehr gerne, wenn ich dazu komme. Und ich habe zwei Pudel, einen weißen und einen schokobraunen, die sehr viel Zeit in Anspruch nehmen, aber total toll sind. Und der eine sollte auch mal zum Diabetiker-Warnhund ausgebildet werden. Das haben wir dann aber irgendwie nicht so richtig auf die Reihe bekommen. Und jetzt ist sie ein ganz toller Therapiehund, in dem sie den Kindern einfach dann den Rücken deckt, wenn es ihnen schlecht geht. Oh, das ist aber auch süß. Ja. Okay. Ja, also, das ist ja gut strukturiertes Privatleben. Heiland, Mailand. Kann man so sehen. Nein, es macht aber Spaß, alles unter einen Hut zu bekommen und in jedem einzelnen Bereich einen Ausgleich zu finden. Das ist auch wichtig, ja. Also, es sollte ja letztendlich irgendwie alles Spaß machen und nicht alles irgendeine Belastung werden. Ich meine, da muss ich dir als Coach jetzt gar nichts erzählen. Genau. Ja, das ist ja das A und O. Ja, wir zwei haben uns über, ich überlege jetzt gerade, wo haben wir uns denn ganz, 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 ganz als erstes. Ich überlege jetzt gerade, war es der, ich bin der Meinung, wir haben uns in Berlin auf dem Weltdiabetes-Erlebnistag kennengelernt oder war es der T1-Day in Berlin? Ich glaube, es war tatsächlich schon der T1-Day, wo ich den einen Stand hatte für die Praxis Zucker am Kopf, für das Coaching. Und ich glaube, da sind wir uns über den Weg gelaufen. Ich meine aber, dass wir uns vorher schon geschrieben hatten. Ja, irgendwie, weil du warst ja irgendwo immer ein bisschen präsent. Ja, ein bisschen. Ja, und da habe ich dann, ja, irgendwas Pelziges auf dem Tisch, glaube ich, auch. Das war auch dann auf dem T1-Day. Das war auch auf dem T1-Day. T1-Day, ne? Und das ist ein Bärchen. Da habe ich ja auch schon erst gesagt, was hat der so für komische Flecken auf seinem Körper? Das ist Jerry the Bear, ja. Und Jerry the Beer oder wie auch immer. Und der Kerle, die arme Sau, hat das, was wir alle auch haben wollen oder noch kriegen werden und wie auch immer, und zwar Diabetes. Erzähl doch mal bitte, erstens mal, wie kommst du überhaupt auf die Idee, dir so einen Bär zu besorgen? Woher kommt dieser Bär und was machen wir mit dem Bär? Aber fangen wir doch mal erst mal an. Warum hast du dir so einen Bär besorgt? Ja, also ich fand das immer sehr schwierig, als ich die Praxis und das Coaching noch nicht hatte, mit meiner Tochter, die ja bei der Diagnose vier Jahre alt war, diese ganzen Therapiemaßnahmen ihr nahezubringen. Emi war ein sehr wütendes Kind zu dem Zeitpunkt, also nach der Diagnose. Und ich war eigentlich immer auf der Suche nach etwas, das es ihr leichter macht. Und ich fand es immer sehr, sehr schade, dass es das nicht gab. Und Jahre später, als ich dann mit der Praxis angefangen habe, war ich mal wieder auf der Suche, tatsächlich für meine kleinen Klienten, beziehungsweise die Familien. Und bin dann auf Jerry the Bär gestoßen, der tatsächlich aus den USA kommt. Und ja, wie du sagst, Jerry ist ein Plüschtier, ein Plüschtier, der Diabetes hat. Und es gibt dazu eine passende App, mit der das komplette Diabetesmanagement eigentlich nachgespielt werden kann. Und ja, weil du gerade sagst, nachgespielt werden kann. Wie ist denn da so die Rollenverteilung? Sitzt dann Mama und Papi letztendlich davor und erklärt dann anhand des Bären? Ich meine, jetzt, weißt du, wir haben ja so diesen, ich sehe gerade so für mich persönlich gleich einen Konflikt. Das Kind hat ja Diabetes. Ja. Das Kind braucht jetzt eine Therapie, das Kind braucht jetzt die Nadel, das Kind sollte jetzt essen. Aber es geht ja mehr um das Thema dann, okay, pieksen, dann, ich wollte gerade sagen, Klos-Klub-System, das Pumpen-System und so weiter. Wann erkläre ich denn dem Kind mit der App, dass wir jetzt irgendwas, weißt du, es muss ja jetzt getan werden. Ich habe doch jetzt nicht so viel Zeit, mit dem Bär da rumzuspielen oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, also ich rede jetzt nicht von den ersten zwei Wochen. Also die ersten zwei Wochen sind tatsächlich so, es kommt bestenfalls zu einer schnellen Diagnose. Dann kommt der Klinikalltag bei kleinen Kindern, zwei Wochen. Papa oder Mama gehen mit in die Klinik. Und es muss erst mal alles irgendwie funktionieren. Eltern müssen unheimlich viel lernen in dieser Zeit. Da ist für Auseinandersetzungen mit dem Thema, wie bringe ich es jetzt meinem Kind noch schon bei, tatsächlich erst mal nicht so viel Zeit. Aber das geht dann relativ schnell, wenn man nach Hause kommt und wieder ein bisschen mehr Raum hat, dass man tatsächlich versucht, einen Weg zu finden. Zumindest ging es mir damals so, wie man das Ganze vielleicht auch ein bisschen spielerisch, und Kuscheltiere haben ja auch was sehr Emotionales, dem Kind näher bringen kann. Und klar könnte man das von Anfang an machen, wenn man darauf vorbereitet wäre, auf diese Diagnose ist man ja aber nicht. Also insofern ist das tatsächlich eher eine nachträgliche Sache, die man aber recht schnell ins Boot holen kann, wenn man es denn möchte. Ja, also außerdem machst du eine Prädiagnostik, wo wir da sind, hier Frieder-Studie etc., dass du dann sagst, komm, wir kaufen unserem Kind jetzt schon das Blüschtier. Ja. Ja, also, ja, weißt du, mir gehen jetzt natürlich gerade so Dinge durch den Kopf, wie, boah, also ich muss dir sagen, ich habe ja riesen Respekt, also auch jetzt von dir, du hast es ja auch hinter dir, wie Eltern damit klarkommen, es managen müssen, mit einem kleinen Kind ständig zu erklären, oder was es erklären, wenn es halt sein muss, immer das mit dem Pieksen, Nadeln und dies und das. Da habe ich so riesen Respekt davon. Ich stelle mir das vor, jetzt wirst du zwei Wochen in der Klinik da durchgenadelt. Da gibt es Kinder, die haben gar keinen Bock drauf. Genau. Und ich denke immer noch an mich als kleines Kind. Ich hatte panische Angst. Aber wenn ich das Wort Nadel nur ansatzweise gehört habe, da war nur eine Staubwolke und ich habe mir eine Schaufel gepackt und habe versucht, das tiefste Loch dieser Welt zu graben, damit mich keiner mehr findet. Und jetzt bin ich zwei Wochen in der Klinik, kriege den Horror meines Lebens und dann kommt jemand um die Ecke und will mir mit einem Blüsch-Teddy erklären, dass ich Diabetes habe. Weißt du, wie ich meine? Das sind jetzt so diese Extremkontraste, die ich gerade im Kopf habe. Ja, aber so tippen Kinder nicht. Da bin ich ja froh, aber deswegen habe ich ja auch keine. Also, liebe Welt da draußen, ihr könnt euch glücklich schätzen, der sogar Junkie hat das. Der hat einen Hund, aber der hat keinen Diabetes. Ja. Also, so tippen die nicht. Aber das ist ja ein anderes Thema. Also, nein, es ist tatsächlich so, dass Kinder in Kuschel- oder Plüschstieren ganz allgemein oder auch in Puppen ja schon ein Wesen sehen, dass das ihnen gleichgestellt ist. Und sie identifizieren sich sehr stark damit. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es für viele kleine Kinder unheimlich hilfreich ist, wenn da plötzlich, ich sage jetzt mal, jemand in ihrer Welt an ihrer Seite steht, der dasselbe Problem hat wie sie. Er muss dieselben Dinge machen, er muss Blutzucker messen, er muss spritzen, er kann essen, aber essen ist irgendwie nicht ganz unkompliziert. Das heißt, wenn man isst, muss man aufpassen, was man isst. Ja, das nehmen die noch nicht so bewusst wahr, also je nachdem, wie alt sie sind. Aber natürlich spielt das eine Rolle und sie kriegen das relativ schnell mit, dass da irgendwie auch was anders ist als bei Mama, Papa oder den Geschwisterkindern. Und da ist es echt toll, wenn sie so, ich nenne das immer, den Kumpel haben. Der Kumpel an ihrer Seite, der genau dasselbe machen muss wie sie und der das in ihrer Welt dann vielleicht auch genauso doof findet. Und das finden die ganz gut, weil sie darüber halt ihre eigenen Gefühle gut darstellen können. Ja, also man kann zum Beispiel, wenn man Wut empfindet als Kind, dann ist der Teddy vielleicht auch gerade wütend. Ja, und das macht das einfacher, weil du kannst es teilen. Du kannst es auch mit Mama teilen, aber Mama ist vielleicht gerade nicht wütend. Ja. Teddy ist immer wütend, wenn das Kind es will. Also können die durchaus, ich meine, das habe ich schon mal irgendwo auch gesehen, gehört, gelesen, so eine Therapieform, dass man quasi diese ganze Assoziation über den Teddy laufen lässt. Genau, also das ist dann quasi eigentlich schon ein Schritt weiter, der aber schon sehr viel auch damit zu tun hat. Du kannst zum Beispiel sehr gut über diesen Teddy, das kann auch ein anderes Plüschtier sein, das dann halt eben Diabetes hat. Du kannst darüber sehr gut Fragen stellen. Also du kannst zum Beispiel fragen, jetzt nehmen wir mal an, das Kind hat jetzt Schmerzen beim Kathetersetzen, ja, oder hat Angst davor. Und es gibt tatsächlich jedes Mal Theater, was echt nicht selten ist. Und man kann dann immer schlecht dieses Kind so fragen, ja. Also die sind da noch nicht so gut in der Lage, darauf zu reagieren, auf solche Fragen. Aber was die Kinder total gut können, ist, darüber Auskunft geben, wie es ihrem Kuscheltier geht. Ja, und dann kannst du zum Beispiel fragen, wo tut es denn genau weh beim Kathetersetzen? Ja, wie sehr tut es weh? Wie fühlt es sich dabei? Man kann auch total schön fragen, wie kann man denn dem Kuscheltier, unserem Beispiel jetzt Jerry, dabei helfen, dass es nicht mehr so weh tut? Ja, oder dass er weniger Angst davor hat? Und dann kann man gucken, je nachdem, wie das Kind reagiert, ob man es fragen möchte, ob das Kind sich vorstellen kann, dass es genau mit demselben, mit derselben Hilfsmaßnahme, die es für sein Kuscheltier vorgeschlagen hat, dass es ihm damit vielleicht auch leichter fällt. Ja, also man kann das so ein bisschen versuchen, um die Ecke zu lenken. Und da sind die echt redefreudig, die Kids. Wenn sie denn schon reden können, wenn sie noch nicht reden können, sind sie ziemlich gut im Zeigen. Also wenn man fragt, wo tut es denn weh, dann können die auch das Kuscheltier genau an die Stelle zeigen. Ist das dann, dass wenn die die Lösung beim Teddy sehen, oder die vorgeschlagene Lösung, wo wir sagen, okay, guck mal, glaubst du, dass dies oder jenes ihm jetzt damit irgendwie besser tut, oder es ihm hilft, ja, wollen wir das mal bei dir auch ausprobieren? Machst du mal dann quasi so die Umkehrfrage und die nicken dann fleißig und sagst, ja, wir wollen das jetzt mal auch ausprobieren? Kann passieren, ja. Also es ist ja immer offen. Also mit Kindern reden ist immer offen und Fragen stellen. Man darf da auch keine Erwartungen haben. Also man kann fragen und man kriegt Antworten. und dann geht man mit denen irgendwie um, sag ich mal, ja. Und man kann das Kind fragen, ob es sich das vorstellen kann, dass es bei ihm auch hilft. Vielleicht sagt es auch, nein, ich brauche etwas ganz anderes, ja. Auch dann hat man wieder den Weg gefunden. Also das ist so ein Schritt für Schritt, ja. Und das kann auch sein, dass das nicht beim ersten Mal oder beim zweiten Mal geht. Dann wiederholt man das ab und an, ja. Aber ich würde das immer sehr spielerisch machen. Ich würde das nie mit Druck machen oder mit einer Zielerwartung. Wir neigen ja immer damit, weil wir natürlich auch helfen wollen. Es ist ja auch für uns total schlimm zu sehen, wie die darunter leiden, wenn jetzt jedes Mal Schmerzen wahrnehmen oder Angst haben vor Katheter setzen. Das ist ja auch für uns ganz schwer, recht auszuhalten. Und dann wollen wir natürlich helfen und möglichst schnell eine Lösung finden. Und manchmal braucht es halt einfach ein bisschen Zeit, ja. Ja, das ist wichtig. Jetzt hast du gleich wieder das ganze Trauma. Genau. Das brauchst du nicht. Was kann denn der Jerry so alles? Was kann man mit dem Kerl denn so anstellen? Ja, also man kann das ein bisschen trennen tatsächlich. Also es gibt ja diese App, die man sich kostenlos aufs Handy runterladen kann. Das geht auch für alle Handyarten. Und es gibt diesen Teddy dazu. Aber es funktioniert unabhängig. Und man kann quasi schon allein mit dieser App nachspielen. Also Jerry kommt dann als Trickfigur, sag ich mal, in dieser App drin vor. Und der muss dann alles machen, was man mit einem Diabetes eben so machen muss. Ganz schön ist das beim Blutzuckermessen, auch wenn das heute nicht mehr so die Regel ist. Aber es findet ja doch noch recht häufig statt, auch bei Kleinkindern zur Gegenkontrolle. Dann ist es wirklich so, dass Jerry sich erstmal die Hände waschen muss. Da gibt es dann so einen Brunnen, der da aufgemalt ist. Und man sieht dann auch so ein paar Schmutzpartikel auf den Händen. Und dann braucht er dafür Seife. Und dann muss er sich ordentlich abtrocknen, weil sonst funktioniert das Ganze nicht. Dann muss man über den Bildschirm einen Teststreifen in das Messgerät stecken. Aber alles sehr schön kleinkindfreundlich gestaltet. Dann gibt es eine Stechhilfe, mit der man in den Jerry-Finger sticht. Ja, und dann kann man Blutzucker messen. Und dann erhält man einen Wert. Und je nachdem, wie der Wert ist, sagt Jerry dann, wie er sich fühlt. Also entweder alles ist gut oder ich glaube, mir geht es gerade nicht so gut. Wir müssen irgendwas machen. Stechhilfe. Also habe ich wirklich eine Stechhilfe, mit der ich dann in den Finger piekst? Oder simuliert das quasi über das Handy, den Bildschirm, so eine Art Stechhilfe? Oder wie läuft das? Genau, das simuliert den Bildschirm. Wenn du den Teddy hast, dann ist es so, dass du das Handy quasi dann an die Hand ranhältst. Und dann, ja, quasi damit die Stechhilfe dann auslöst. Hat das so ein Sensor? Oder wie kann ich mir das vorstellen? Oder sind das einfach nur Punkte und ich drücke halt auf dem Handy dran rum, dass ich jetzt gerade piekst? Also es ist so, du siehst die Stechhilfe auf dem Bildschirm und da gibt es einen Knopf, den man auf dem Bildschirm, also nicht, ja, also den man über das Display quasi drücken kann. Da, wo es gerade aufleuchtet, sozusagen. Und dann wird diese Stechhilfe zum Finger geführt und dann piekst es digital. Okay, jetzt ist ja der Trend immer mehr glücklicherweise weg vom Blutigmessen. Ja. Richtung Sensor. Wie schaut es denn da aus? Also es ist leider so, ich habe mir das vorhin auch nochmal angeguckt, weil ich das jetzt auch nicht mehr so genau wusste, weil ich diesen Teddy ja jetzt auch hier habe, dass man ohne den Teddy, also wenn man nur die App hat, gibt es keine Sensorfunktion. Aber wenn man den Teddy hat, dann kann man das tatsächlich auch wie mit einem CGM probieren und nachspielen. Cool, okay. Also geht schon in die nächste Richtung, wo man sagt, einmal applizieren und dann hast du halt ein CGM. Genau. Okay, cool. Gut, jetzt haben wir also Hände waschen, wir haben den Blutzucker gemessen, wir haben jetzt quasi irgendeine Kurve, die kann jetzt natürlich im Keller sein, die kann normal sein, die kann hoch sein, die kann vorm Essen sein, die kann nach dem Essen sein. Genau. Gibt es diese Szenarien dann, dass der einfach was simuliert, stelle ich das ein als Elternteil, wo ich sage, okay, komm, wir machen mal so Hölle auf Erden und geben jetzt mal so richtig Gas, dass mein Kind schwitzt, also oder der Teddy, wie kann ich mir das vorstellen, wer verändert diese Werte? Das brauchen wir als Eltern gar nicht machen, das können die Kinder, wenn die ein bisschen älter sind, auch schon gut allein. Nein, das ist keine Lern-App, ja, also es ist wirklich ein Spiel, ja, also es ist jetzt nicht so, dass du eins zu eins das Diabetesmanagement deines Kindes über diese App dem Kind näher bringen kannst. Das fände ich total super, wenn es das gäbe für Kinder, das gibt es leider, soweit ich das weiß nicht. Aber was man damit eben tatsächlich machen kann, es gibt eine, Jerry hat eine Küche in seinem Haus und Jerry kann dort essen und zwar so viel, wie er will. Und die Kids testen natürlich schon ganz gerne mal aus, was passiert eigentlich, wenn ich 20 Donuts esse, ja? Das ist hier und zwar, wenn Jerry die isst, ja, sie essen sie nicht, sondern wenn Jerry die isst. Ja, gibt es ein Update, jetzt Typ 2. So schnell geht das jetzt nicht. Okay. Genau, aber, ne, genau, also dann geht der Wert entsprechend ordentlich in die Höhe und dann gibt es eben den Pen oder die Pumpe, das kann Jerry beides, die App kann auch beides, ohne das Kuscheltier. Und dann musst du halt gegensteuern, ne? Aber es ist jetzt keine 1 zu 1 oder Live-Simulation, ja? Also das ist schon Spiel auch. Aber ich finde gerade dieses Spielen und dieses Austesten, was passiert eigentlich, wenn? Oder wenn ich mal auf der Insulinpumpe, keine Ahnung, ohne dass Jerry was gegessen hat, für Jerry 20 Einheiten eingebe, ja? Ja, und die können das, wenn man denen das gut erklärt und gut begleitet dabei, dann können die das echt unterscheiden, ja? Und die sehen eben, dass es Jerry dann schlecht geht, ja? Das ist das, was sie lernen. Man kann es ja richtig runterbrechen für den Anfang, einfach grün ist gut, rot ist nicht gut, ja? Und dann müssen die halt lernen, was ist unser Zucker und was mache ich da mit den Beeren? Dass man einfach lernt, bei so Basissachen erstmal zu reagieren, ne? Und es ist auch so simpel gestrickt, ja? Also man kann da jetzt keine große Wissenschaft rausholen. Es ist für kleine Kinder, ich glaube, die Altersangabe ist 4 bis 9, also... Ja, klein auf jeden Fall, ja. Ich habe jetzt gerade mir mal schnell, also ihr wisst ja draußen, ihr müsst nicht mitschreiben. Ich haue alles in die Shownotes, also in die ganzen Notizen von dem Podcast. Da gibt es auch hier Stories and Tasks und da geht es über 21 interaktive Stories. Importance, Diabetes, also es geht schon wirklich in diese Geschichte mit dem Diabetes. Also so ein paar Learnings gibt es dann nachher schon. Ich weiß zwar noch nicht, wo die auftauchen, ob die auf dem Handy sind, weißt du da irgendwas? Wo bist du jetzt gerade? Also auf der Webseite. Von Jerry? Genau, genau, ja. Ah, okay. So, und da gibt es eben dann diesen Bereich, wo es halt heißt, dass man jetzt den Jerry auf seine Reise irgendwie begleiten kann. Und das sind so interaktive Stories, wenn ich das jetzt so richtig interpretiere. Und eben um das Thema, was du schon gesagt hast, das Thema Diabetes, also was lerne ich, ja. Und ich, also jetzt frei übersetzt, haben die das im Endeffekt mit Ärzten und Pädagogen und so weiter entwickelt, um halt auch ein bisschen mehr Learnings reinzukriegen in das ganze Thema. Also die sind da schon am Wurschteln. Also ich finde, das ist brutal spannend. Ja. Ja, ich auch. Jetzt muss man natürlich mal, jetzt will ich das mal wissen, was für eine Zahl, Kanada, United States, International, ja, International. Oh ja, spannend. Das Ding auf Deutsch oder nur auf Englisch? Also es ist leider tatsächlich das große Manko, dass es das nicht auf Deutsch gibt, sondern auf Englisch, Französisch und Spanisch. Französisch? Hätten die sich mal die Zeit gespart, verdammt. Wer will das denn? Bitte. Ja, ich habe die auch mal angeschrieben, aber Deutsch steht leider nicht so wirklich auf dem Plan, glaube ich. Aber Französisch. Aber Französisch. Nur wegen Toronto und noch ein paar Randländer. Ach, kommt. Kann schon sein, ja. Ja, jedenfalls, ja, das ist so, dass so diese Storys, das sind so Geschichten. Jerry möchte gerne, jetzt habe ich den Namen vergessen, an einer sportlichen Veranstaltung teilnehmen. Und es gibt dann so immer kurze Geschichten, die Kinder sich angucken können, wie halt erzählt wird, wie so sein Alltag ist und wie er dafür trainiert. Und die kann man immer so im Laufe der Zeit Stück für Stück freischalten und sich angucken. Das ist tatsächlich das Manko mit der Sprache, aber der Rest, also das Spritzen und Blutzuckermessen und Essen geben, das funktioniert ja auch ohne Sprache. Und das ist sehr intuitiv, diese App. Und ganz ehrlich, die Kids sind mittlerweile so weit, das geht ratzbatz und dann haben die das alles raus. Das wollte ich gerade sagen, die sind eh viel schneller und irgendwann raffen sie es und der Vorteil ist, mein Gott, dann lernen sie Englisch. So viel Schaden tut es nicht, also schlimmer wäre es, wenn sie Französisch lernen würden. Das hast du jetzt gesagt. Ja, das habe ich jetzt gesagt, ja. Ich habe da mal einen Preis auf der Webseite, mir ja jetzt mal von diesem Shop und ich muss sagen, also wir reden jetzt über Lebensqualität und die rufen für diese Lebensqualität 55 Dollar auf. Das ist in meinen Augen geschenkt. Ja, okay. Ja, hey, ich meine, wir reden jetzt, also ich unterscheide immer, was hast du kurzfristig? Willst du dafür auch Geld ausgeben? Ist es eine Abkürzung wert? Ja oder nein? Aber Diabetes haben wir nicht kurzfristig, den haben wir länger. Ja, und wenn ich jetzt meinem Kind, ich meine, es ist immer die Frage, kriegst du das alleine hin? Ich finde, das ist eine schöne Idee. Also du bist da coachmäßig tausendmal weiter in dem Thema drin. Ich denke aber, ich würde jetzt gar nicht mal anfangen zu denken. Ich würde diesen Bären mir aber so dermaßen holen. Lieber auf den ersten Blick, ja. Ja, weil ich, so wie du es halt erklärst, wenn du so ein Buddy hast, ich meine, keine Ahnung, ob ich jetzt mit dem Teddy immer durch die Gegend gerannt bin. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das an Versandkosten sind, aber hey, man gibt für so viel Scheiß an, das kann ich nicht sagen, 55 Euro aus oder Dollar oder wie auch immer, ist ja völlig egal. Und so ein Teddy, der zerfällt ja nicht zum Frühstück, außer der Hund hat ihn vielleicht mal. Dann ist das doch ein Ding, wo man sagt, ja, hey, versuch es. Ja, ich bin da ganz bei dir. Also hätte es das damals gegeben, ich hätte auch alle Stellen angekratzt. Wir hatten damals auch nicht so viel Geld, aber schon allein die Großeltern, die ja ständig gefragt haben, was können wir denn Gutes tun? Ja, schön, schön, schön. Besuch von nach dem Pass mal ein Weihnachtsgeschenk oder Geburtsgeschenk oder und zack, schon hat man Jerry in der Kiste sozusagen. Findet einen Weg, um euch diesen Bären irgendwie zusammenzuschnorren. Es ist doch nicht peinlich, wenn man dann, also ich finde es schön, dass du das auch so sagst. Also man kann ja auch mal hergehen und sagen, okay, hier Verwandtschaft, ich kriege mal einen Fünfer von euch, dann leisten wir uns diesen Bären und schenken der Kleine. Ja, oder dem Kleinen. Ich finde es, auch wenn man nachher nicht mit der Therapie rumeiert, ja, aber man kann ja dann mit dem Teddy schon mal anfangen. Ich finde die Idee super. Ja, ich würde mich natürlich freuen, wenn das Ding dann auf Deutsch ist. Auf der anderen Seite, heutzutage werden wir ja relativ schnell mit Englisch oder mit Denglisch großgezogen, ja. Ja, dann lernen sie halt nicht, yo, krass, sondern yo, piep, was auch immer. Ja, ich kann nur komische Wörter, die kann ich jetzt nicht senden, sonst muss ich auf 18 kennzeichnen. Und also ich bin jetzt total positiv überrascht. Ich dachte, da steht eine dreistellige Zahl. Ah, okay. Nee, also, und ich finde das Schöne ist ja eben tatsächlich, du kannst dir die App kostenlos runterladen und sie funktioniert auch ohne Kuscheltier, also ohne Jerry und du kannst es dir erst mal in Ruhe angucken. Ich finde nur, dass der Teddy tatsächlich noch mal so das gewisse Etwas dazu bringt, weil es ist was Haptisches, das können die Kinder anfassen, das kann man in den Arm nehmen, das kannst du mit in die Kita nehmen. Und das kann halt so ein Begleiter werden, ja. Das muss es nicht, ja, aber es ist zumindest eine Option. Und wenn ich an mein Kind zurückdenke, die hatte so einen kleinen lila Elefanten, mit dem sie damals mit dem Pen Spritzen geübt hat, so ein Weichteil etwas, den haben wir heute noch, ja. Sie hat mit ihm nicht gekuschelt und nichts, aber er war immer präsent und sie kann sich genau daran erinnern, wie es mit ihm war. Und das finde ich schon, ja, sehr spannend, ja. Okay. Ja, guck, und ja, noch ein Grund mehr. Genau. Ich habe mir jetzt mal Spaß, ich habe jetzt leicht geschwitzt, bin mal nebenher und habe gesagt, ja, ich will den kaufen über Paypal, damit er mir das mal schnell umrechnet mit Shippingkosten und so einem ganzen Kram. Und ich bin jetzt bei inklusive Shipping nach Goodall Germany bei 64, also rund 65 Euro inklusiv Fracht und Verpackung kommt da so ein Bärchen daher. Und es ist ganz süß, du kannst dann tatsächlich verfolgen, wie er aus den Staaten über das Meer, bei mir ist er dann in Spanien gelandet und von Spanien dann bis nach Berlin gereist. Also du kannst diese Reise ganz schön begleiten und das können ja die Amis tatsächlich ziemlich gut. Die sind sehr emotional und können das dann auch immer so schön machen, weißt du? Ja, das klingt geil. Guck mal, da kommt ein neuer Freund, der ist gerade unterwegs. Genau. Hat Frankreich übersprungen. Ist auch in so einer schönen Verpackung. Also ich fand das echt toll. Hat Frankreich übersprungen, ist erst nach Spanien und dann kommt er nach Deutschland. Schön. Ja, also positiv überrascht. Ja, mal ganz kurz da draußen, wenn ihr jetzt alle denkt, so ey, der kriegt doch jetzt hier 2,50 Euro oder die Sandra. Nein, wir kriegen gar nichts, weil wir da einfach voller Begeisterung über dieses Produkt einfach reden. Und deswegen mache ich ja den Podcast, um euch einfach zu zeigen, ihr könnt ja auch selber den Namen googeln und dann dort einkaufen. Dann kriegen wir ja auch logischerweise nichts. Also genau der gleiche Effekt. Also darum geht es uns ja gar nicht. Sondern wir wollen euch ja Sachen zeigen, die ihr nicht kennt. Oder vielleicht kennt ihr es, aber ihr wusstet noch nicht, was es kostet. Jetzt wisst ihr es. Ja, cool. Was haben wir denn noch über den Jerry? Ich glaube, so sind wir eigentlich schon ganz gut durchgenudelt. Geheilt wird er jetzt mal nicht. Nee, das ist eher unwahrscheinlich. Da müssen wir erst noch auf das passende Medikament warten. Vielleicht kann man noch sagen, dass Jerry in der App eine Schwester hat, die ihn untersteht. Echt jetzt? Das finde ich auch ganz süß. Ja, also die nimmt jetzt nicht so eine große Rolle ein, was ich auch in Ordnung finde. Aber die sagt zwischendurch immer mal, ich glaube, Jerry geht es nicht so gut, guck doch mal. Ach Gott, ey, das ist ja geil. Ja, also da bin ich so ein bisschen verhalten. Ich finde das süß. Man muss dann nur aufpassen, dass man es nicht auf die eigenen Geschwisterkinder überträgt. Also es ist nicht Aufgabe der Geschwisterkinder. Wenn sie es machen, okay, kann man auch lohnen. Aber es ist nicht ihre Aufgabe. Aber so an sich ist es erst mal süß. Und Geschwisterkinder leben ja mit dem Diabetes mit. Ja, hast du aber natürlich, weißt du, du kommst immer um die, ich sage, hey, geil, geil. Und du sagst, pass auf, projiziert eventuell. Ich sage, ah, scheiße, die ganze tolle Story wieder gerade für mich kaputt. Nein, nein, nein. Aber du hast natürlich recht, es könnte passieren. Genau, aber, ne, genau. Und es gibt ja auch Geschwisterkindern, die mit dieser App spielen und gucken, was da eigentlich abgeht. Also insofern werden Geschwisterkinder da definitiv abgeholt. Ich sage das jetzt nur für Eltern, ne, immer so mitgucken. Ich bin ja trotz allem auch Coach und muss natürlich immer noch meinen Senf dazugeben. Hast du recht. Ja, ich meine, besser, dass man das darüber mal gequatscht hat. Ich finde es aber schön, dass da quasi so ein Geschwisterlein so irgendwo in der Ecke baumelt. Ja. Weil, wenn man, also klar, ich habe das Ding jetzt noch nicht durchgespielt, wenn du quasi irgendwann mal bei deinem Bär, Tamagotchi, dann verpennst, mal die Werte zu prüfen, also soll es ja regelmäßig deinen Blutzuckerwert mal prüfen, dass dann die Schwester sagt, sag mal, hast du eigentlich schon mal dran gedacht, wieder deinen Zucker anzuschauen? Hm. Ja, oder lass uns mal, also viel cooler ist es ja, lass uns mal spielen, wie ist denn dein Blutzucker? Kann ich mir auch vorstellen, ja. Ja, dass man quasi das Hintertürchen aufmacht, weil ansonsten ist ja hier so die Aufpassschwester, ich muss ja nichts mehr tun, Schwester sagt ja schon, hier prüf bitte deinen Zucker, sondern die sagt, ey, lass uns spielen oder ich habe Bock zum Spielen, komm mit raus, wie ist dein Blutzucker? Ja. Also ich denke da tatsächlich noch mal ein bisschen mehr um die Ecke, Geschwisterkinder stehen ja, also man nennt das ja auch Schattenkinder, Geschwister von chronisch kranken Kindern und die fühlen sich schon sehr oft auch außen vor gelassen, so, ja. Und da ist es natürlich schon schön, wenn man über so eine App, finden die in dem Alter ja alle toll, dieses Online-was-auch-immer-spielen und wenn die sich darin natürlich auch wiederfinden und Teil des Lebens sind, ja. Also insofern finde ich die Idee eben gut und ich glaube, dass es auch Geschwisterkindern sehr gut tut, das selbst mal spielen zu können und einfach mal zu machen. Ja, absolut. Finde ich cool. Also da haben beide was davon. Genau. Der eine ist süß und der andere darf gucken, warum er so süß ist. Ach geil. Das sieht aus. Das ist schön, cool. Ja, liebe Sandra, ich würde mal sagen, den Jerry haben wir ganz gut durchgenudelt und wer ein bisschen, ich meine jetzt mit dem Bär könnt ihr nicht so gut quatschen wie mit der Sandra. Ihr habt gemerkt, sie hat es Faustdick hinter den Ohren. Wenn die Leute mehr über das ganze Prozedere Jerry the Bär beziehungsweise natürlich, okay, wie kann ich mit meinem Kind im Diabetes, mit dem Thema Diabetes besser umgehen? Wer oder wie kann man sich denn mit dir in Verbindung setzen, um da jetzt nach dem Podcast sich noch mehr Informationen zu holen? Ja, man kann gern auf meine Webseite gehen, www.praxis-zucker-im-kopf.de Schreibe ich in die Shownotes? Ich habe es jetzt auch nicht auf Anhieb auswendig gelernt. Alles gut. Ist auch ziemlich lang, aber einfach wichtig. Und da gibt es ein Kontaktformular, da kann man mir einfach schreiben. Und wer Lust hat, sich mit anderen Eltern auszutauschen, kommt einfach zu den Diafüchsen. Da ist es relativ einfach. Die Webseite heißt diafüchse.de mit U-E geschrieben. Und kann mir auch dort gerne schreiben und kann ganz viele Fragen stellen. Und ja, wer tatsächlich, so sage ich mal, wirklich tiefere Probleme hat, die echt nachvollziehbar sind, und der kann auch gerne sich auf meiner Webseite über ein Coaching oder eine Beratung informieren. Ich biete die halt auch virtuell an und dann reden wir einfach mal. Reden ist wichtig. Das habe ich leider viel zu spät erst gemerkt nach dem Leben meines Kindes. Ja, ja. Aber deswegen kannst du dein, ja, wissen, was du daraus gezogen hast, natürlich gleich anderen mitteilen oder weitergehen. Finde ich schön. Genau, das war der Grund tatsächlich, warum ich das geworden bin, was ich heute bin. Cool. Schau, ich sage ja, Diabetes, dem können wir so viel dankbar sein. Letzten Endes schon, auch wenn ich natürlich sagen würde, ich würde alles, was ich dadurch erreicht habe, sofort tauschen, wenn es dafür die Gesundheit der Kinder gäbe. Ja, davon gehe ich dann natürlich aus. Nicht, dass du sagen sollst, nee, jetzt hast du schon so langes Pelze, du bleibst Coach. Was bist du da? Nimm den Teddy und geh. Okay, okay, cool. Ja, liebe Sandra, mega, sehr cool. Also ich bin vor allem begeistert, was dieser Plüschbär-Diabetiker so auf dem Kasten hat und wünsche mir natürlich, dass die fleißig an dieser App weiterbauen und weiterentwickeln und ja, hat ja eigentlich echt nur Vorteile. Und vor allem, dass das Ding halt vielleicht auch mal auf Deutsch kommt vorbei. Ja, mein Englisch über kurz oder lang sollte man das halt einfach können. Dann kann man ja gleich von klein auf das dann lernen. Das geht ja auch. Das stimmt. Ja, vielleicht findet sich ja jemand, der das in Deutschland noch ein bisschen perfektionieren möchte und keine Ahnung, ein bisschen mehr Ahnung von Technik hat. Ja, beispielsweise. Derjenige, der jetzt Podcast hört, sagt, hey, klar, ist mein Ding. Ich rufe die mal an. Genau. Ja, meine liebe Sandra, wir sind am Ende der heutigen Folge. Wir zwei wissen, wir haben noch ein paar andere Themen, also lasst euch überraschen, da wird schon noch was kommen. Und ja, du als mein heutiger Gast, falls jetzt irgendwas vergessen habe, dich noch zu fragen, bestimmt habe ich das, sollst du trotz allem das letzte Wort haben als Gast. Und ja, was du jetzt auf dem Herzen hast, darfst du natürlich jetzt noch ganz gerne raushauen. Also ich finde, wir haben tatsächlich erst mal alles besprochen dazu. Es gibt natürlich noch viele spannende andere Themen, wie du ja gerade auch gesagt hast, auf die ich mich auch schon freue, dass wir darüber reden, gerade was Kinder und Eltern und Diabetes betrifft. Und ja, ich fand es sehr interessant. Ich fand deine Fragen sehr spannend. Es waren auch ein paar dabei, wo ich erst mal nicht mit gerechnet habe. Sehr schön, freue mich aufs nächste Mal. Ja, wunderbar, ich mich auch. Ja, vielen lieben, 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 lieben Dank, Sandra, für deine Zeit. Und Jerry the Bear, ja, eigentlich hoffe ich, dass dich keiner hier in Deutschland sehen muss. Aber wenn, dann bist du flauschig. Genau. In diesem Sinne, ich freue mich, wenn wir uns irgendwann im realen Leben sehen. Ansonsten werden wir uns demnächst wieder digital sehen. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Okay, jetzt bist du dran. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann abonniere diesen Podcast und du verpasst keine Folge mehr. Teile diesen Podcast auch mit deinen Freunden, Bekannten und Verwandten, denn jeder kennt irgendeinen Zucker-Junkie. Eine Bitte habe ich jetzt noch, geh auf iTunes und bewerte diesen Podcast mit fünf Sternen und gerne auch mit einem Kommentar, was dir gefallen hat oder welche Folgen du ganz gerne mal hören möchtest. Wenn du mehr über die Zucker-Junkies wissen möchtest, besuche auch meinen Blog www.zuckerjunkies.com Dort findest du natürlich noch viel mehr über das ganze Thema Diabetes und bis dahin, wir lesen und hören uns. Bis bald. Bis bald.